das nächste pferd in der bahn mit der kopfnummer 624 stand by me ein sohn von stedinger ein neunjähriger oldenburg wallach präsentiert von lisa müller vom reit- und fahrverein hachinger thal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Preis der MSD Tiergesundheit Lisa Müller mit Stand By Me Für den Reit- und Fahrverein Hachingertal Die Wertnoten Von Friederike Schulz-Wallner und Ritz-Kalten Richter bei H 253,5 Richter bei C 251,0 Richter bei B 248,5 Gesamtergebnis 753,0 66,05% 65,05% Untertitelung des ZDF, 2020